Nun kommen wir zur Standposition. Die Füße sind beim Kippchen schulterbreit auseinander. An dem leichten Knie ganz wichtig ist, dass der Oberkörper nach vorne geräumt ist. Und zwar in einem Winkel von 45 Grad. Die Balllage ist genau in der Mitte. Die Gewichtsvertreibung 50% auf dem linken Fuß und 50% auf dem rechten Fuß.